Schalom, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Christian von Waldenfels, sehr geehrter Herr Bürgermeister Auer, sehr geehrte Damen und Herren des Hofer Stadtrates, sehr geehrte Ehrenbürger Wilfried Anton und Dr. Harald Echtner, sehr geehrter Herr Landrat Dr. Bär, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen der Oberbürgermeisterin und der Stadthof hier am Halbplatz vor der ehemaligen Synagoge. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, um gemeinsam an den 9. November 1938 zu erinnern und an das, was an jenem Tag und auch in der Folge der Reichsprogrammnacht geschehen ist. An das Unglück